Das Besondere ist erstmal die Anzahl der Achsen. Wir haben hier 29 Achsen, die wir mit zwei Pulten fahren. Und immerhin muss man auch denken, man fährt da genau auf Millimeter aufs Ziel. Und da hängen ja Menschenleben dran während der Fahrt. Das ist eine besondere Herausforderung, das sicher zu gestalten. Ja, erstmal entspannt bleiben, also nicht in Panik gefallen. Weil vieles lässt sich leicht beheben, indem man es einfach nochmal anwählt und dann fertig fährt. Und wenn jetzt ein gröbres Problem ist, wie zum Beispiel ein Geldbündel in einem Notende, dann gucke ich halt erstmal in der Software. Oder wo kommt der Fehler her, was fehlt, dass der Antrieb weiterfahren kann. Und wenn ich sehe Notende, da sage ich halt den Kollegen im Team Bescheid. Und die gehen dann halt am Antrieb gucken. Also in der Software habe ich die Möglichkeit, da sehe ich genau, wo das Problem liegt. Also Notende, Auge, Linde auf vorne. Und dann kann der da gucken gehen, ist es jetzt wirklich im Notende oder klemmt da was dazwischen. Das Besondere hier ist das Team, das Zusammenarbeiten, das Zusammenleben. Und es ist einfach ein Team, das zusammenspielt und dann kommt halt auch ein schönes Ergebnis raus, wenn das harmoniert. Nein, bis jetzt habe ich noch keinen weiteren Ohrwurm davon getragen. Das eine oder andere Ausschnitt, Kreissein immer mal im Kopf, aber auch, weil die anderen das dann sumpen und man selbst dann mitsummt. Aber generell ist man dann in seiner Arbeit konzentriert, dass das nebensächlich ist, also an einem vorbeigehen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020